einen wunderschönen guten tag meine lieben schüler meine ganze leute da draußen nein was gedacht meine freunde mein name ist kosawan keine sorge ich trage keine brille die ist von meiner mutter ich habe mir nur gedacht da ich heute euch da ich meine ganzen leute im facebook aufzähle die geliked haben mache ich einen auf lehrer auf teacher auf auf bonn singen wichser ja okay erstmal schönen guten tag wir haben uns jetzt 13 uhr beziehungsweise bei mir bei der aufnahme als beweismaterial dass ich mich darum gekümmert habe dass ihr aus meiner munde kommt habe ich hier die beweismaterial einmal ich habe sogar zum schluss mit hand geschrieben ja richtig krass alter richtig boah fuck alter alles klar meine lieben dann beginnen wir jetzt und zwar fange ich an ich habe es einfach so aufgeschrieben wie ich es aufgeschrieben habe ja so meine lieben freunde ich grüße an erster stelle laura jane so wie es hier steht laura jane graetz grace sag ich jetzt mal so dann kommt roxy maus dann kommt stefan öckel schmitz ich glaube ich kenne ihn als öckel die so dann kommen wir zu jessica löffler wer weiß was da drin steckt so dann kommen wir zu einer coolen person ich weiß nicht ob sie wirklich so heißt aber hier steht janina bla ich weiß nicht keine ahnung aber ist ein cooler name ne so dann kommen wir zu franziska jasmin rabenstein schöne name so curtis treu dann kommen wir zu julia wolter joel wolf andre manu kian peace ich grüße dich an der stelle dann kommen wir zu max war und zwar unser weber mazik da kommen wir zu theresa ich hoffe ich spreche das jetzt wirklich richtig aus weil hier sind wirklich schwierige namen dabei die kenne ich wirklich nie gehört hier steht kiriak ja ich hoffe ist richtig so dann kommen wir zu natalia die brille die ist so schrecklich zu natalia dunke dann kommen wir zu giano blanco ich hoffe ich habe dich richtig ausgesprochen mein freund dann kommen wir zu kim weidlich zu gina lindner dominik klingbeil zu daniel braun da grüße ich dich auch noch mal an der stelle caroline rotter kommen jetzt zur zweiten seite christopher sven botke ich grüße dich regina gina keks schöner nachname frau keks dann kommen wir zu angelina nico wasiel akis wasiel akis weiß ich nicht ob das so stimmt aber ist ein cooler name auf jeden fall nicht so wie gemeiner der ist wirklich scheiße langweilig so dann kommen wir zu miriam schmidt ich grüße dich auch an der stelle wir kennen uns ja so was haben wir hier noch virginia heise grüße ich an der stelle benny wittig unser tag rapper grüße ich auch an der stelle alexander kassin unser beatboxer battle steht wenn man gibt es ab ist dann geht es los so dann kommen wir zu amiel akil isabel sandberg aileen k ich grüße dich danke für den support und so weiter sarah boom tine wayne justin kreuz man kennt sich oder justine sorry justin hört sich ein bisschen an wie so ein mann nico stolz unser crime rapper besser gesagt zu ihm würde mehr passen to crime aber das gibt es ja schon als playstation spiel nicht wahr meine damen und herren so dann kommen wir zu lisa hat recht wow da muss ich dir wirklich zustimmen du hast recht ohne scheiß man ich so arthur barricade unser rapper der ab und zu auch mal bei mir aufnehmen kommt max neumann paula bratler lisa als leben man kennt sich zille von das letzte konnte ich wirklich nicht aussprechen ich kenne dich als zilin du kommst sowieso bald bei mir aufnehmen am 20 februar ist es soweit ich grüße dich an der stelle wir waren mal in einer klasse püppchen alter richtig krass dann kommen wir zu luke schotty den kenne ich durch den wang sabine schmitz natalie natalie bin ich bescheuert ich kenne eine natalia und da ist es mir gerade natalie dunkel daniel braun ich sehe gerade euch habe ich schon aufgezählt also daniel braun dich auf jeden fall ja meine lieben freunde das waren die leute die geliked haben ich grüße euch an der stelle ich wünsche euch einen wunderschönen montag der ist für euch ich habe noch was für euch ein ganz kleinen moment wirklich stehen das muss ich mir das wollte ich eigentlich machen weil manche manche nervt es schon dass ich so einer bin aber pass auf ihr kennt es sicherlich von mir ich hoffe ihr könnt es lesen ich weiß nicht ob ihr es lesen könnt gefällt mir ihr gefällt mir macht weiter so meine lieben freunde ihr gefällt mir sorry scheiß deutsch ich bin immer noch ein bisschen nervös weil ich bin halt kein kameramensch aber ich grüße euch an der stelle euer kose one ab 20 februar geht es los ich bin immer noch im gips hier wie ihr sehen könnt meine lieben freunde bin ich immer noch im gips und das wird auch leider noch ein monat dauern bis diese scheiße ab ist ich grüße euch an der stelle euer kose one freut euch auf 2013 das wird ein ganz besonderes jahr und der ist für euch ihr bleibt hier drin und wir sehen uns peace